Carlos Rossi, extra aus Spanien angeleicht hier, im Sot von Würdefelin, der Goblin 770. Are you ready, Carlos? Goal! It is Goblin 770, slow fly. At this speed you can fly almost one hour. Also, will ich jetzt nicht ganz zustimmen. I'm supposed to be, I'm very optimistic. Eigentlich so eine Flugzeit ist natürlich bei der Drehzahl, der auch nicht bringt. Aber, los sei mit dem Sieger der Kopf gegangen. Goal! 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 Los! 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 Die Hälfte sind auf der Kampagne zu uns. Wir haben uns die Hälfte in der Hälfte. Die Hälfte sind in der Hälfte. Wir sind in der Hälfte. Hälfte in der Hälfte. Der Hälfte ist in der Hälfte. Ich bin hier auf diesem Helikopter. Sieg mal die Hälfte zu sein. Wir haben uns hier auf der Hälfte. Die Hälfte sind in der Hälfte. Heute Abend, auf der Kampagne und auf der Kampagne. Wir sind auf Räste da. Sie hatten reichlich nicht. Aber es ist noch ein Jahr, Die größte Verlösung, Bautexen, Zubehör, Elektronik, alles mit dabei. Das ist natürlich die geistetweise. Danke Carlos! Carlos Rossi 770, Wobbel! Das war's. Das war's.